Aber es geht nicht, meine Geschwister, dass ein Muslim zu einer Sache gratuliert, ihnen das Gute wünscht für ihren Feiertag und sie feiern diesen Tag, an dem Gott oder der Sohn Gottes geboren sein soll. Dazu gratulierst du, wenn du sagst, fröhliche Weihnachten oder ich wünsche ihnen Weihnachten und was auch immer. Das darfst du nicht. Haram. Wer das mit Überzeugung sagt, ist raus aus der Religion. Wer das weiß, was es bedeutet und er macht es trotzdem, ist raus aus der Religion. Sie feiern, dass Gott sich einen Sohn genommen haben soll. Und du sagst, wünsche ich dir auch, ich freue mich. Das Gratulieren ist, ich freue mich für dich. Du gratulierst jemanden, wenn er Abitur bestanden hat. Ich freue mich darüber, dass du Abitur bestanden hast. Herzlichen Glückwunsch. Wenn er heiratet, ich freue mich, dass du heiratest. Herzlichen Glückwunsch. Wenn er ein Kind bekommt, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn sie feiern, dass Gott oder der Sohn Gott geboren sein soll, kannst du doch nicht sagen, Gratulation. Dirgnetian und MDR holder gonna Municipal gesend clams immer gesend haben Ja, da geht man